Ein herzliches Willkommen zu einem neuen Part von Heyday Farm bewerten. Wolltet ihr 5 neue Farben am Start, die wir uns angucken, bewerten, werden den Himmel loben und in den Dreck ziehen, da eine Note drauf klatschen, 0 bis 10, ihr kennt das ganze Spiel. Wenn ihr auch mitmachen wollt, klickt auf den Link in der Videobeschreibung, dann seid ihr dabei, einfach Anmeldeformular ausfüllen, der Farm eine Anfrage schicken und ihr seid am Start. Kleine Info hier am Rande, es wird jetzt häufiger Farm bewerten kommen, es ist ein kleiner Farm bewerten Marathon, weil ich werde jetzt sehr wahrscheinlich diese Woche und auch die nächste Woche, beziehungsweise den ganzen Mai, in eine Zelda-Sucht verfallen, die keinesgleichen kennt. Also wenn ihr dabei sein wollt, schaut einfach auf Twitch vorbei, ich werde das auch streamen, werde vielleicht das ein oder andere Video dazu machen, denn Zelda hat ein neues Spiel rausgebracht und ihr wisst ja, ich bin richtiger Zelda-Fan. Genau, genug Zelda und jetzt hier weiter mit Farm bewerten, deswegen werden jetzt ein paar Farm bewerten Marathon-Videos hier kommen, die wir sehr wahrscheinlich auch noch auf Twitch aufgenommen werden haben. Oh Mann, was für ein schlechtes Deutsch. Egal, ihr wisst, was ich meine, wir fangen an mit Marco, hier Level 48, klein aber fein, er schreibt auch was, er schreibt, ich kaufe eigentlich voll wenig Dekos, die meisten sind entweder erworben oder Gutscheine, würde mich freuen, wenn meine Farm mit dabei wäre, auch wenn sie im Vergleich zu den anderen ein relativ niedriges Level hat. Ja, danke Marco erstmal für die Bewerbung hier und natürlich kommt jeder dran, der sich bewirbt, ihr müsst mindestens Level 30 sein, dann seid ihr dabei. Ob ihr jetzt niedriger seid als, ja, ich oder irgendwer anders oder als Maui, die gleich noch hier im Part kommt, dann, äh, ja, ist halt, ist halt so. Okay Marco, aber trotzdem hast du deine Farm schon echt gut dekoriert. Ähm, gefällt mir schon sehr, wie du es aufgebaut hast. Natürlich auch der Trigger-Bomb hier leicht im Fokus, der hier bewässert wird von einem Fisch. Ein ganz gutes Detail, was du hier aufgebaut hast. Kerzenmacher relativ versteckt, so muss das sein. Der Kerzenmacher darf nicht ans Anblick dieser Welt kommen. Und ansonsten finde ich deine Farm echt recht gut aufgebaut. Du hast die Tiere getrennt, du hast verschiedene Arten von Dekoration benutzt, du hast die Deko, die du hast, sehr, sehr gut verwendet. Hier mit dem Zaun und dem Baum, äh, und, also der Zaun-Baum-Kombi, die passt hier sehr, sehr gut. Was ich natürlich nicht gut finde, hier zum Beispiel der abgetrennte Zaun, der passt jetzt nicht zu dem weißen Zaun. Die Blumen kann man sich drüber streiten. Die Bank da, ich hätte das eher zugemacht, weil, wer setzt sich da hin, wenn der LKW da vorbeidüst? Das ist eigentlich nicht so der beste Platz. Dann hätte ich die Bank eher hinter den Zaun gepackt, wenn ich da mitten rein. Katzen nach mir ein kleines Feld. Die abwechslenden Wege sind auch ganz, ganz gut getroffen. Hier die Hühner stehen zwar ein bisschen im Nichts rum, aber ist jetzt auch nicht so schlimm. Hier eine Bewässerungswindanlage für die Felder, auch ganz gut geworden. Die Heuballen passen sehr gut, das Detail zum Siedel da oben. Was der Zweck da oben hinter dem Baum macht, keine Ahnung. Das ist ein bisschen random. Schweine sind auch ein bisschen lost hier. Hier bei der Mine. Ja, der weiße Zaun kann man sich darüber streiten, aber ich finde die Bäume gut. Die Bäume passen sehr, sehr gut zu dem Minen-Vibe oder Schmelzofen-Vibe, dass die so im RR weltlicher angesiedelt sind. Was der Schneestiefel da soll, weiß ich nicht. Ja, so ein bisschen die Deko auch wie der Weihnachtszaun. Hier sind ein bisschen random, also zu random. Die dann nicht so dahin passt, die kannst du eigentlich auch weglassen. Und kannst du eher der freien Wildbahn in den Lauf lassen. Hier, ich weiß nicht genau, warum der Feldwichter ist und der Steinwicht auf einmal. Weiß ich nicht. Also, klar, du hast jetzt kaum Geld hier für Deko ausgegeben, aber auch hier der Geburtstagszaun. Ich meine, die Deko, du musst jetzt nicht jede Deko, die du hast, auch unbedingt auf die Farm stellen. So ist das ja nicht und so kommt das auch rüber. Hier auch wieder wie dieser Zaun hier. Du hast halt alles Mögliche, was du im Dekoladen hattest, glaube ich, hier aufgebaut. Ich meine, du hast es nicht so schlecht gemacht. Oh, du hast einen Osterhasen. Oh, Markus, inaktiv. Eine Osterhasen-Maschine hat er noch. Aber ja, so klein, aber fein. Sieht ganz gut aus und ich gebe dir eine 2 von 10 für deine Farm. Nächste Farm ist Bonanza. Ja, war das nicht mal auch noch eine Serie? Ich glaube, meine Mutter hat das richtig gerne geguckt. Bonanza. War es nicht mit irgendeiner Wüste und irgendeinem Restaurant, was dann irgendwie übernommen wurde von einem? Dann wurde irgendein richtig beliebter Charakter erschossen. Boah, ich habe das noch so irgendwie grob im Hinterkopf, wo mir meine Mutter davon erzählte und ich so... Meine Mutter war richtig traurig, als der Typ, der erschossen wurde. Aber hieß... War das Bonanza? Boah, da muss ich direkt mal noch ein Part fragen. Ich glaube, ja. Ich glaube, das hieß Bonanza. Ja, Bonanza. Level 51. Was hast du hier für uns auf Lager? Sehr. Also, wenn ich dann eine Farm so sehe, muss ich irgendwie an Rechtecke denken. Ganz komische Verbindung, aber du hast es auch rechteckmäßig aufgebaut. Hier zum Beispiel Rechteck nach oben. Dann hast du hier ein Rechteck nach unten. Und dann hier... Ja gut, das kann man jetzt eher weniger als Rechteck bezeichnen, aber auf jeden Fall... Zwei Drittel der Farben sind ein Rechteck. Oder ein Rechteck-Muster. Die Tiere mit Blumen umrandet. Hier unten auch relativ wenig Deko. Äpfelbäume, Kirschbäume. Aber ich finde es schön, dass du hier die Blumen so umrandet hast. Hier die abwechselnden, so herbstmäßig Bäume. Leider nur einmal abwechselnd, aber immerhin. Denn die rote Mauer, ja, passt eher zu den abwechselnden Farben. Zu den normalen Farben hätte ich jetzt nicht die rote Mauer benutzt, sondern eher so die Hecke. Dann sollte es vielleicht hier noch mehr abwechselnde Bäume reinbringen. Das würde dann mehr Sinn machen. Zumindest mit der roten Mauer. Der Eingang zum LKW oder zum Haupthaus, ja, ist auch nicht so schön geworden. Ich bin ja eher mehr der Fan davon, wenn man das so spiegelt quasi. Muss natürlich nicht gespiegelt sein, aber gespiegelt sieht es besser aus. Dann hier, weiß ich nicht genau, was der Juwelier und die Eismaschine da macht. Kaffeesträucher sind auch ein bisschen verloren aus, genau so die Brombeerbüsche. Ich finde es schön, dass du hier die Gebäude mit Blumen umrandet hast, auch wenn es nicht so zu den Gebäuden passt. Weil, wenn man das so macht, solltest du es bei jedem Gebäude machen. Außer du hast natürlich Bereiche, aber wenn du die so nebeneinander stehen hast, finde ich es natürlich ein bisschen komisch, dass Saftpresse die hässlichen Kaffeesträucher bekommt und die Bäckerei dann die schönen weißen Blumen. Finde ich ein bisschen merkwürzig, aber... Dann wirst du bestimmt dabei was gedacht haben, wo ich gerade nicht drauf komme. Die Weiße Mauer macht da auch wenig Sinn, weil du hast so viel Blumenparadies und Bäume hier, dass da die Hecke oder die Blumenhecke definitiv die bessere Wahl gewesen wäre. Brombeerbüsche, Himbeerbüsche... Warum hast du die eigentlich in einer anderen Form gemacht? Also hier hast du die ja waagerecht gemacht und hier dann auf einmal senkrecht. Wieso? Stehe ich nicht. Macht man die dann nicht auch waagerecht? Hier die Mauer, so als Garten, finde ich auch ein bisschen random. Vor allem der Tisch dazwischen, hä? Wer klettert denn über den Tisch, um an diesen scheiß Teich zu kommen? Äh, diesen scheiß Brunnen. Das verstehe ich gar nicht. Und dann hier unten Mine zugebaut, das ist ja nicht unbedingt schlimm. Katzen, an die Hunde. Welpen sind eingeknastet. Ganz schlimmer Finger. Und dann hier noch die Tiere. Ja. Ah, ein bisschen... Bisschen alles zu zufällig hingestellt. Es macht wenig Sinn, deine Farm. Und die Deko, die du gewählt hast, ist an vielen Plätzen halt auch sehr... Sehr bescheiden. Ich geb dir für deine Farm... Hm... Auch eine 2 von 10. Wir sind heute Mr. Gnädig. Nächste Farm ist Farmy Paradoxon Level 79. Mal gespannt, was uns jetzt erwartet. Farmy Paradoxon. Das hab ich auch schon mal irgendwo gehört. Das ist... Ich weiß jetzt nicht... Bei Pokémon war's, glaub ich, nicht. Aber da gibt's auch so ein Paradoxon. Farmy Paradoxon. Das hab ich mal eben kurz googeln. Ah, genau, jetzt weiß ich's. Fermi Paradoxon. Das ist irgendwas mit Physik. Irgendwas mit Physik aus... Äh... Gedankengang des Physikers. Enrico Fermi. Ja, ja. Er hatte irgendwas mit Mathe im Hinterkopf, aber okay. Es ist wohl... Es ist wohl dann Physik, aber... Ja, ist ja auch Mathe. Ja, Fermi. Sehr strukturierte Farm. Sehr wenig Deko. Übersichtlich, praktische Farm. Sehr viele Bäume und Büsche. Das hier sieht grausam aus. Ähm... Ja... Massentierhaltung en masse. Also hier unten zumindest. Was ist das? Das ist ja Massentierhaltung, wie sie im Buche steht. Hier die Schmelzöfen, die Gebäude. Ja, auch alles hier. Das Ruhrgebiet ist auch am Start. Die Tiere würde ich nicht mit Büschen trennen, weil man sieht hier diesen Grafik-Bug immer. Das geht halt auch in die Gehege rein, was ich nicht so schön finde. Sonst könnte man das... Wenn du dann Platz dazwischen freilässt, ist es auch nicht schön. Deswegen sind die Büsche... Weil es dann zu groß aussieht und zu leer auch gleichermaßen. Deswegen würde ich das auf jeden Fall auch nochmal trennen. Kühe, Ziegen. Passt natürlich zur Molkerei. Ist, glaube ich, der beste Bereich hier auf der Farm. Aber ansonsten leider... Leider nichts Großes. Der Eingang zum Schiff ist leider verdeckt. Obwohl du hier die Steine genommen hast. Aber mit den Büschen... Oder mit den Bäumen in der Größe macht das überhaupt keinen Sinn. Kaffeemaschine, Kaffee-Kiosk hier. Warum steht denn Kakaobaum dabei? Achso, es stehen zwei dabei. Okay. Dann macht schon mehr Sinn als einer. Und ansonsten... Leider nicht sehr viel hier. Ich gebe dir für deine Farm einen Ehrenpunkt. Eine Eins von Zehn. Nächste Farm ist Michi. Da hat er dich gerade aufgeschrieben. Da musst du direkt an dieses Meme denken. Ich weiß nicht, ob ihr das kennt. Aber wo der Typ da stolpert mit dem Bierkasten. Und da dieses Geländer da runterrutscht. Und den Bierkasten aber noch festhält. Und dann sagt, es ist nichts passiert. Und die Freunde dann nur so rufen. Michi! Ich glaube, das Meme das kennt. So gut wie jeder. Tja Michi. Was hast du hier für uns auf Lager und Labyrinth? Ah, er schreibt übrigens auch. Ich bin einfach gespannt, was du sagst. An sich mag ich meine Farm, aber meistens ärgert es mich, dass ich nicht das umsetzen kann, was ich eigentlich möchte. Weil ich kein Echtgeld investieren möchte. Viel Spaß! Okay, die Farm ohne Echtgeld. Ihn ärgert es, dass er es nicht umsetzen kann, was er möchte. Hier so eine Art Standard-T-Design, ne? Ja. Okay, jetzt gucken wir uns das gleich mal genauer an. Hier das mit dem Brunnen. Scheune, Silo. Triggerbaum. Produktionsgebäude hier mit Blumenhecke. Okay, ganz coole Trellung eigentlich. Und hier dann nochmal ein Pferdeparadies mit Bienen und Eichhörnchen. Dafür hast du kein Echtgeld investiert, ist aber eine sehr gute dekorierte Farm. Hier eher so ein Spielplatz, ne? Spielplatz für Tiere. Finde ich gut. Aber ich finde den Kontrast halt auch echt heftig. Wenn man das quasi so als Rechteck nimmt, hast du hier so eine Art Swimmingpool und hier unten, ja, die Katzen. Finde ich dann nicht so passend, vor allem auch mit den verschiedenen abwechslenden Zäunen, was in roten Blumen übergeht. Finde ich nicht ganz so passend. Es kommt zwar trotzdem rüber, dass es ein Spielplatz für die Babys hier ist, aber ansonsten, ja, nicht ganz so mein Favorite. Der Eingang hier ist ganz gut gemacht, auch wenn ich die roten Blumen in Kombi mit der Hecke hier auf der anderen Seite nicht ganz so gut finde. Dann hier ein Labyrinth. Finde ich ein bisschen leer, ein bisschen wenig. Eher Platz einnimmt als alles andere. Ansonsten eine gute Idee, aber nicht ganz so gut umgesetzt. Vor allem auch, weil du, ja gut, du musst natürlich Hecke und Blumenhecke nehmen, weil sonst kein Labyrinth ist, sonst ist das alles verbunden. Aber ich finde es ein bisschen zu wenig und zu eintönig. Hier Schmelzofenbereich, das ist ganz cool geworden. Dann haben wir hier das Standard-Tee-Design, was auch richtig cool geworden ist. Du hast ja auch diesen Platz richtig gut ausgeglichen, indem du Hühner und Ziegen quasi kombiniert hast. Und dann hier noch einen Weg dazwischen gebaut hast. Man sieht es, wenn man genau hinguckt, aber trotzdem ganz gut umgesetzt. Dann hier China-Bereich mit Blumenladen-Paradies. Auch ganz cool. Ich finde es auch cool, dass du so einzelne Bereiche hast und die kombiniert hast mit dem anderen Design. Klar sieht man das noch hier und da, das da und das da. Aber ansonsten gute Umsetzung. Und dann hier geht so ein bisschen das Chaos los. Wo einfach nur noch Produktionsgebäude kommen. Abwechselnd mit einer Hecke dazwischen. Ich meine, irgendwann muss man da so ins Praktische überrutschen. Aber das hier finde ich schon... Guck mal, Lagerfeuer direkt neben der Hecke. Das macht bestimmt Sinn. Ja, irgendwann finde ich das dann schon... Ja, zu einfallslos, kann man das so sagen. Hier der Rosenzaun. Der Rosentor. Ich weiß nicht genau, warum du hier ein Tor hingemacht hast. Das kann auch eigentlich weg sein. Weil hier ist ja sowieso kein Eingang von der Straße aus. Deswegen kannst du es eigentlich auch weglassen. Und hier... Ja, den Friedhofsbereich, den würde ich noch weg machen. Weil der passt da nicht hin. Ansonsten hier auch wieder so ein bisschen Park-mäßig. Zelt. Silo-Scheune. Ja, das ist ein bisschen... Ist mir ein bisschen zu zufällig. Ich meine, ich finde es an sich eine ganz gute Sache. Aber es passt halt nicht so zu dem Rest der Farm. Ich finde, da fehlt so ein bisschen die Kombination... Wie du das in den Rest der Farm mit integrierst. Hier dann die Bäume strukturiert. Esel, Pferde haben einen schönen Bereich bekommen. Zaun finde ich da nicht so passend. Da wäre Hecke oder Blumhecke besser gewesen. Aber ansonsten an sich eine sehr schöne Farm. Michi, ich gebe dir für deine Farm... Oh, ja doch, Michi. Hä? Ich habe mich gerade verlesen. Michi, ich gebe dir für deine Farm eine... 6. Ah, 5,5. Ich gebe dir eine 5,5 von 10. Nächste Farm ist Maui Waui. Ich glaube, die Zuschauerin, die am längsten schon mit dabei ist. Erstmal, ganz liebe Grüße gehen raus. Hat sich lange davor gestreut, mal bei einer Farme Wetten Season dabei zu sein. Und womöglich eine der Personen, die am meisten Geld für Dekoration ausgibt. Natürlich nicht schlagbar von... Also, Sonja ist unschlagbar. Also, ähm... Aber Maui... Ja. Was soll man sagen? Also, man sieht es ja auch schon hier. Ich habe immer Angst davor, ihre Farm zu bewerten. Weil es einfach... Ja. Eine Nadel im Heuhaufen ist. Also, ich finde das... Okay, hier der Bereich, der ist schon strukturierter. Aber ansonsten ist es echt immer sehr schwer, da durchzukommen, durchzublicken und, ähm... Ja. Hier ein gescheites Bild davon zu bekommen. Aber an sich ist Maui schon so eine Deko-Queen. Mitglied der ersten Gemeinschaft, Co-Leiterin auch. Gibt natürlich keine Extrapunkte. Schon mal vorweg gesagt hier. Egal, ob ich die Leute kenne oder nicht. Es gibt keine Extrapunkte. Ich bewerte immer so, wie ich es auch denke. Weil es viele schon mal manchmal geschrieben haben. Aber was auch relativ sehr schwammige Aussage ist, weil es gibt auch sehr, sehr viele Gegenbeispiele. Deswegen, ja. Maui. Ich bin echt immer sehr sprachlos, was ich bei deiner Farm sagen soll. Also. Ich finde es krass, dass du die ganze Farm mit Friedhofszäunen... Also die Friedhofszäune von 2018. Und... Also da kam die das erste Mal ins Spiel. Es gibt ja mittlerweile schon andere Friedhofszäune. Diese bunten. Und dann gibt es noch andere, diese braun. Gibt ja drei verschiedene Friedhofszäune. Die schwarzen, die braunen und die bunten. Und das sind die allerersten von 2018. Finde ich krass, dass du die um die ganze Farm gebaut hast. Also ein Zaun kostet übrigens 8 Diamanten. Das macht das nicht krasser. Aber ich will mir nur sagen, dass ein Zaun hier von 8 Diamanten kostet. Genauso wie ein Pfad. Ein Pfad kostet auch 8 Diamanten. Aber ich finde halt die Kombination gut, Friedhofszäune mit den Faden... Faden? Fäden? Faden. Oh, sie hat ein Osterdildo hier rumstehen. Aha. Den haben wir gefunden. Ich weiß nicht genau, was der Wassergraben hier außenrum soll. Ich finde den ein bisschen überflüssig. Ähm, der Pfad hier außenrum kann man machen. Aber ich weiß nicht genau, was sie damit bezwecken will, dass hier der Wassergraben ist. Das finde ich nicht so gut. Ich finde, da hättest du ruhig den Friedhofszahn nach unten schieben können und den Wassergraben entweder weg und dafür eine Blumenreihe, die dann noch zu den Büschen hier passt. Oder einfach diesen Wassergraben hier ein bisschen vergrößern. Ich weiß, dann sieht das immer kacke aus mit den grünen Dingern dazwischen. Aber an sich finde ich das halt nicht so gut, dass hier unten einfach so ein Wassergraben ist. Also ich verstehe den Sinn davon nicht. Deswegen hier die Anmerkung. Ansonsten hier... Ja, hier ist schon dieses bunte Friedhofs... Ah, hier ist der braune Friedhofszaun. Okay. Vielleicht finden wir gleich auch noch den bunten Friedhofszaun. Mh... Ja, gut. Hier unten ist noch ein bisschen leer, weil noch nicht alles erweitert ist. Das ist ja nicht schlimm. Kann man ja verstehen. Ansonsten finde ich gut, wie sie die Nutzbäume integriert hat. Katrin Ballon über der goldenen Ente. Das ist die Level 200er Belohnung. Ach ne, Quatsch. Level 150 ist das. Die Ente ist 150 und das hier ist Level 200. Genau. Ich finde gut, wie sie wieder die Bäume hier mit den... Mit der Deko integriert. Das finde ich echt... Sehr schön gemacht. Ist natürlich ein bisschen grob. Ein bisschen... In Anführungsstrichen einfallslos, weil es halt einfach gelöst ist. Aber so wie es umgesetzt wurde, ist es halt nicht so einfach, wie es der Idee an sich anhört. Also es ist eigentlich einfacher als es ist. Aber auch komplizierter, weil es nicht so einfach ist, wie es umgesetzt wurde. Ich weiß, ein ganz komplizierter Satz, aber ich hoffe, ihr wisst, was ich meine. Hier dann noch ein Rosen... Der Rosenzauneingang, den finde ich gar nicht passend. Da muss entweder der Fritos-Eingang hin oder gar kein Eingang, weil der passt ja überhaupt nicht zur Farm. Okay, ansonsten hier oben... Dann noch die Katrins mit den Schweinen. Okay, ist kein Standard-Tier, ich dachte, sie hätte dann jetzt hier noch ein Tier und da noch ein Tier. Dann wäre es auch rechteckig gewesen. Ja, sehr voll, aber sehr gut kombiniert. Wie eben schon gesagt. Ich finde es gut, dass sie... Dieser Zaun, dieser Zaun, der passt ja voll gut zu dieser Deko. Und zu dieser Bank. Ich habe ja noch... Das habe ich auch noch nie gesehen, dass es den Zaun... Dass der Zaun zu dieser Deko und zu der Bank passt. Das sehe ich jetzt zum ersten Mal. Das ist ja krass. Familie, die hat auch ihre Talstatue bekommen. Da gehe ich mal zumindest von aus. Die Miene ist zugebaut, hat ein paar Schienen bekommen. Dann noch ein paar Statuen. Schmerzungsbereich ist auch okay. Hier die Felder. Also sie hat es echt ganz gut geschafft, eine praktische Farm mit einer gut dekorierten Farm zu kombinieren. Die Produktionsgebäude. Ja, ist schon so eine Farm, die mir schon mehr gefällt. Ich finde es aber schade, du hast hier oben zum Beispiel den Schweinen so eine Statue gegönnt. Den Schafen auch. So ein bisschen mehr Spotlight gegeben. Und die Hühner und Ziegen und Kühe sind so ein bisschen... Ja. Die sind ein bisschen schlechter dargestellt. Würde ich mal sagen. Dann hier die Pferde in Querdesign. Boah, hier ist auch ein recht heftiger Unterschied. Wenn du hier guckst, das ist so grün und ein bisschen dunkler und dann auf einmal hier bunt und hell. Wo es dann so in Richtung Party und Oster Richtung geht. Hier unten auch in den China-Bereich. Aber ansonsten eine sehr, sehr schöne Farm, Maui. Sie schreibt übrigens noch, reiß dich zusammen mit einem Lach-Emoji. Und ich glaube, ich habe mich schon gut zusammengerissen. Ich gebe dir für deine Farm eine... 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 Acht von zehn. Das ist doch mal gut, oder? Damit bist du auf jeden Fall schon mal mindestens im Halbfinale. Also im Halbfinale ist man mindestens mit acht Punkten. Das kann ich euch schon mal sagen. Je nachdem, wie die Punkte von den anderen ausfallen, kann man auch schon mit mindestens 6,5 auch im Viertelfinale sein. Es kann auch sein, dass noch die Sechser mit reinkommen. Aber das kann ich euch auch nicht versprechen. Es kommt natürlich darauf an, wie viele wir in den Punktebereichen haben. Also wenn ihr mindestens eine Sechs habt, könnt ihr euch eventuell noch freuen. Ab nach fünf ist man, glaube ich, schon raus. Das kommt natürlich darauf an, wie viele wir da in den Punkten haben. Ja, das war es für den Part. Wir hatten heute Fami Paradoxon mit 1 von 10, dann Bonanza und Marco 2 von 10, Michi 5,5 von 10 und Maui Waui Tagessiegerin mit 8 von 10. Danke fürs Zusehen, ich wünsche euch einen schönen Tag. Haut rein. Tschaui.